Servus Leute, willkommen zurück zu Megamens Zero 4. Im letzten Part haben wir das Verteidigungssystem ausgeschalten und können jetzt jederzeit, wenn wir wollen, zu Ragnarok. Das werden wir jetzt auch machen. War klar, dass da noch was davor kommt. Es ist nun endlich die Zeit gekommen für Ragnarok. Ich transferiere dich nach innen. Versuche einen Weg zu finden, Ragnaroks Basis zu zerstören. Wenn die Basis zerstört ist, wird Ragnarok abbrechen. Jetzt, wo Vail und Kraft weg sind, Wer könnte da noch Ragnarok bedienen? Zero, ich habe ein ungutes Gefühl in dieser Sache. Servus vorsichtig, okay? Alles klar. Reit für ein Transfer. Ja, ich werde langsam immer emotionaler hier. Zero. Marcel, tut mir irgendwie leid. Moment, gab es da noch nicht diesen Typ da von Megamens Zero 2? Den mit der Schmalzlocke, wie ist denn der noch schnell? Zero. Das ist, das ist nicht gut. Und Ragnaroks Geschwindigkeit nimmt zu. Wenn du die Basis nicht halten kannst, wirst du auch nicht in der Lage sein, Ragnarok zu stoppen. Beilig! Null Leben habe ich. Ich werde erstmal einen Abgrund suchen, um mich umzubringen. Oder einen Gegner. Ja, bring mich um. Ach, ich kann noch weiter gehen. Da kann ich mir die Stage noch ein bisschen angucken. Ja, danke. Danke. Oh, ich kann mich dauernd festhalten, okay. So, ah, da sind sie ja Stacheln. Hallo. Ja gut, daneben. Genau. Ach, jetzt wo ich schon dabei bin, gucke ich mir die restliche Stage auch an. Wow. Könnte ich bitte... Ich wollte gerade sagen, könnte ich bitte aufgetraut werden. Ja, ja. Möglicherweise ist mir gerade alles egal, ob ich jetzt irgendwie in Stacheln gerade oder nicht. Ich will wenigstens weiter. Na toll, ich habe es zur Tür geschafft. Mit einem Strich und nur Leben. Ich will wenigstens weiter. Scheiße. Okay, ganz links oben. Das gab sie auch noch. Ich vergaß. Ach, natürlich. Die Besten zuerst. Okay, Pegasus. So. Ja, 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 Schnauze, Pegasus. Oh, ey, das wird kein Zuckerschlecken. Das wird absolut kein Zuckerschlecken. Denn wahrscheinlich darf ich jedes Mal hier starten. Ich meine, ich habe zwar eine Elf und so, aber mein Subtank, dem geht es weniger gut. So, ich balle einfach mal ein bisschen. Ey! Moment. Okay, ich muss das so machen. Ich will doch nur den Subtank voll haben. Mehr nicht. Ja, der kann ich schaden. Okay. Okay. Zumindest etwas ist er voll. Ja, ich werde jetzt mehrfach ihr Leben verlieren. Also nicht wundern. Das ist fast Absicht. Jawohl. Nein, das will ich auch. Nicht voll ist er? Ja, überhaupt nicht voll. Ich werde es trotzdem ernsthaft versuchen, gegen diese acht Bosse anzukämpfen. Oder sechs. Keine Ahnung, wie viele es jetzt waren. Nein! Ganz vergiss, dass du das kannst. Okay, geh ein. Okay, ich will hier alles und jeden zerstören. Denn vielleicht... Ja, gut. Wird Energie fallen gelassen für mich. Ich habe das mit den Plänen noch nicht gecheckt. Nicht du! Komm her! Natürlich nicht. Ah, sehr schön. Okay, ich komme hier zumindest kaum... Also fast ohne Schaden durch. Nein, das wollte ich. Nein, das wollte ich. Okay, habe ich Elektrizität. Es sind tatsächlich acht Bosse. Ich halte es im Kopf nicht aus. Oh! Eindringling wahrgenommen. Du hast Commander Craft besiegt. Du! Ich werde diese Welt auf deiner Präsenz reiten, Yohima. Du warst aber, glaube ich, einfach. Und du hast neue Moves drauf. Nein, 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 nein. Stimmt, da war ja was. Ich musste mich beeilen. Wow. Nein. Okay. Das heißt, ich muss das gut abpa... Ich bin so dumm. Nein, 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 nein. Ich bin so blöd. Wow. Warum gibt es ja eigentlich nur einen Sub-Tank? Nein. Oh, vielleicht gibt es ja wenigstens Energie. Ich muss ja ziemlich schnell sein. Okay. Wow, wow, wow. Nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich bin zu langsam. Oh, gut, gut. Das ist nicht sehr lustig. Das ist, glaube ich, noch der einfachste. Nein, 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 nein. Ach, ich bin so blöder. Ich bin echt blöd. Ich bin wirklich blöd. Ich bin ja leer. Oh, nein, nein. Oh, nein. Ich bekomme ja apex, was ich ihm sagen muss. Ja, ich werde sterben. Verdammte Scheiße! Halt die Schnauze, Arschloch. Was für ein Pisskopf. Ich mach dich nochmal. Ah, sei ruhig. Du bist zu... Ja, jetzt war er mir natürlich zu nahe. Macht er schon wieder, das? Ich bin zu schnell diesmal. Macht er schon wieder, das Scheiße. Nein, 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 nein. Der Typ ist so eine feige Ratte. So. Da. Gibt es da noch mit aufhören? So. Nein! Wow, gerade noch. So. Was blöd ist, ich schade mir immer selber da. Nicht schon wieder. Nein, nein, nein! Schneller. Fuck you, ich bin vom Knopf abgerutscht. So besiege ich diesen Wichskopf nie. Nicht schon wieder. Jetzt macht er es schon wieder. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin zu langsam. Nee, geht so. Könntest du das bleiben lassen? So. Was hat Croft bloß an dir gefunden? Die Zukunft einer, ähm, fuhl ich, ja. Dummen Menschenrasse? Komm an da! War das ein Giftsack? Und der war auch noch der leichteste. Oh. Und der war auch noch der leichteste von denen. Machen wir zuerst den ganzen Hund drin. Schauen wir mal, wer jetzt kommt. Scheißdreck. Boah, dieses Mal werde ich dich vernichten. Wenn du jetzt mal weg bist, wird Ragnarok die Welt zerstören. Und Areal Zero. Wird dann. Hahahaha. Tut mir leid, ich habe keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Huuu. Ich hoffe, der ist so einfach wie gerade eben. Also, für mich gerade eben. Nein! Er hat abgewehrt. Ne, ich habe ihn doch noch getroffen. Wie auch immer. Wenn er diese Scheiße macht, ist das voll nicht nett. Könntest du deine Beine wiederholen? Danke. Nein! Er hat es abgewehrt. So, ich schieße dir ins Hörnchen. Wenn du das machst, ist das voll scheiße. Nein, 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 nein. Lass das bleiben. Du komischer Jack oder Gnu. Es ist zu spät. Auch wenn ich nur weg bin. Ragnarok wird... Ragnarok wird... ... immer noch kommen. Das Land. ... auch Vogel. Nun, wie hier werden wir beide uns allen entgegensehen. ... in den Boden gerammt. Ich hasse es, aber du wirst wohl den Grund und deinen Boden zuerst... ... aufklatschen. ... und ich werde es nicht so lassen, dass ich diesmal zerstört werde. Oder irgend so was. Oder irgend so was, keine Ahnung. Du hattest Elektro, glaube ich. Ne, ich glaube, du hast es ziemlich einfach. ... glaube ich. Wenn du gerade nicht so scheiße wärst. Achso, ich glaube, bei dir habe ich einfach nur raufgehalten. Weil du so arschlangsam bist. Genau, ich erinnere mich. What the fuck ist das? Achso, die Bomben. Stimmt, da hatte ja nichts drauf, ich erinnere mich. Wie, wie konnte das bloß sein? Etwa, weil du ein Schlappschanz bist? Warum kann ich nicht in den Geschmack, dich besiegt zu haben? Mit meinen eigenen Händen besiegt zu haben? Unglaublich. Einfach unglaublich. Ja, du komisches Kokatore, Mann. Bist ziemlich schwach auf der Brust. So. Ah, du warst easy. Sieht so aus, als ob wir nun... Sieht so aus, als ob selbst der Tod zu gut für mich ist. Tod ist der... Was weiß ich was für ein Moment eines Kriegers. Ich werde nicht gegen dich verlieren. Zero. Wenn du Arten auch stoppen willst, musst du zuerst mich stoppen. Wenn du mich nicht besiegen kannst, wie willst du dann die Welt retten? Zeig mir die Kraft, die es möglich war, Phantom zu besiegen. Stimmt. Stimmt, der war ja einer von Phantoms, Leuten. Ah! Au! Nein, 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 nein. Ich bin doch so hirnlos. So. Das ist sie. Das ist sie. Das ist sie. Geh. Es ist für dich nicht vonnöten, meinen Tod mit anzusehen. Geh, Zero. Okay, die vier unteren sind besiegt. Oh, ganz links oben war Pegasus. Oh, du warst, glaube ich, auch leicht. Ah, es sieht so aus, als ob unser Lieblingsheld in Eile wäre. Nur kein Grund, dich so zu beeilen. Bleib bei mir und sieh mit mir das Ende der Welt. Und sieh mit mir zu, wie das Ende der Welt unhaubfaltsam voranschreitet. Ich muss die ganzen Techniken von den Leuten erst wieder... Au. Verrecke! Jawohl. Äh, du bist wirklich stark, wenn du so kämpfst. Und auch so denkst. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Ist schon spät, fünf Uhr morgens. Dein kleiner Sieg wird Ragnarok mich stoppen. Ich werde auf dich warten, um gegen dich erneut zu kämpfen. Auf der anderen Seite. Kaum zu glauben, schon fünf Uhr morgens. Draußen wird's wieder hell. Äh, jetzt wo ich so kurz davor bin, das Spiel zu beenden, werde ich nicht aufhören. Ragnarok ist der Samen der Zerstörung, der vom Weltraum aus runterfällt und das Ende der Welt bedeutet. Es ist die perfekte Natur. Alles, was auf der Welt je geboren wurde, wird ausgelöscht. Seid ihr alle krank? Musik. Ich bin auf über 20 Minuten. Nein, 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 Curtzieh euch. Hat das sich grad... Oh shit, ich bin, ja, voll schleimig. Nee, ist jetzt wieder weg. Ja, ist jetzt definitiv eine Frau. Mist. nein 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 könntest du mal aufhören rum zu ätzen nein das aufgeladene schlag muss ich machen wenn sie oben ist nein ich dachte sie dash jetzt wieder wie so ein brummkreisel jetzt herrhaftig zu heilen ich werde versuchen dieses finale auslöschen der welt zu genießen ich weiß das stand was ganz anderes aber egal jetzt draußen echt immer helder das verwirrt mich jetzt total eigentlich möchte ich jetzt den part bänden aber ich möchte great date noch in einen rutsch schaffen sind ja nur mit zwei so flammenwurf ramot ja bist du in der heile es tut nichts der sache du bist ohnehin schon zu spät du hast dein date mit dem feuer hattest du elektronschwäche nähe oder ach shit flammenwurf ich erinnere mich grad ach ich bin das hinterletzte grad es ist nicht auszuhalten wie blöd ich bin ja wohl elektrizität bringt es kommt noch mal runter nein diesmal nicht das ist so scheiße wenn sie das da macht weil da kann man sich nirgendwo verstecken jetzt macht sie das schon wieder bist du dumm ne eigentlich ist sie ziemlich klug oh nein genkidama oder wie komm runter verdammt oder ich stutz dir die flügel ach du bist doch so hänglos du blödes Viech da oben städte es nein das feuer hat mich also die hitze hat mich getötet zu schade sieht so aus als ob es nun zu einem ende gekommen ist die wir zu beschützen oder irgend sowas ich will diese great date noch in diesem part machen nur leben ich könnte okay du doofes Mädel jetzt bist du platt jetzt mach ich dich platt sei still jetzt geht's ordentlich aufs frissbrett nicht schon wieder du blöde boom mach das nochmal ne jetzt setzt sie natürlich wieder flammenwurfe an dieses ramot girl ne 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 jetzt ist es schon wieder das da ist nicht nett es fliegt nämlich noch beschissener als die roten sieht echt aus wie Attacke Flammenwurf so so ein Mädel du gehst mir langsam wow gehst mir langsam auf die Nerven ich glaube das war zu früh ne Gengidama oh da sei zu nahe ne doch nicht so weg mit dir wie kannst du bloß unverschämt sein diese Welt wird untergehen du solltest dir mehr Sorgen machen und über das alles hinwegsehen wir werden dich wegblasen mit Ragnarok jajajaja es fehlt nur mehr einer der Pegasus der Pegasus hat bestimmt nicht die Elektroschwäche so Pegasus komm her ich glaube du warst mittelschwer oder so die Satelliten fallen vom Himmel genauso wie bei den Nervenkriegen zuvorschauen es ist wirklich hart noch das Ende der Welt ähm keine Ahnung irgendwas du schaffst es jedenfalls nicht was hat denn der noch schnell drauf na mo stoß mich ja nicht runter du Arschloch wo ist er denn jetzt da was macht er denn jetzt WTF ach ne nicht schon wieder ja dem kann ich nämlich nicht ausweichen ja ich werde sterben gegen den du blödes Arschloch warum schubst du mich da runter verdammt ja Schnauze Drecksack kann ich alles nochmal machen wegen diesem Pisser ich war so nah dran du Wichskopf jetzt bin ich richtig sauer ja ja klappe und der E-Tink ist so leer das war Megaman 04 beim nächsten Mal gehts weiter tschüss